So wie die beiden Musiker Guy und Gadi. Und damit kommen wir zur zweiten Gruppe israelischer Zuwanderer. Die Expats haben sich in Berlin für eine gewisse Zeit eingerichtet. Internationale Künstler wie Guy und Gadi geben der Berliner Szene aber auch das, wofür sie berühmt ist. Abgefahrene und innovative Kunst. Bei ihrem gemeinsamen Projekt Polyjam erzeugen sie mit Skulpturen Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017